Ihr dürft euch setzen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr hier seid, auf all unseren Campussen oder auch online. Und heute beginnen wir eine ganz neue Reihe. Sie heißt Menschliche Beziehungen. In den nächsten vier Wochen wollen wir über Beziehungen sprechen, über die Beziehungen, die unser Leben ausmachen. Und diese Reihe erinnert mich an meine Reise zur Ehe, Elternschaft, Beziehungen und ganz besonders an ein Gespräch mit meinem Schwiegervater kurz vor der Hochzeit. Vielleicht habt ihr ja auch so einen tollen Schwiegervater voller Weisheit. Wir haben viele Gespräche geführt und ich erinnere mich besonders, wie er mich zur Seite nahm und sagte, Andy, bevor du meine Tochter heiratest, gibt es drei Dinge, die du wissen musst. Zunächst möchte ich, dass du weißt, dass es mir egal ist, wie groß die Gemeinde ist, deren Pastor du bist. Es ist mir egal, wie viele dich kennen. Es ist mir egal, wie viel du verdienst. Aber diese drei Dinge sind mir wichtig. Wenn du dich daran hältst, wird deine Ehe, dein Leben erfolgreich sein und du wirst in Gottes Augen ein Erfolg sein. Er sagte, die drei Dinge sind, erstens, ich möchte, dass du dich darum bemühst, Jesus von ganzem Herzen zu lieben. Zweitens, ich möchte dich ermutigen, meine Tochter zu lieben. Drittens, ich möchte dich ermutigen, immer weiter zu wachsen. Hör nicht auf zu wachsen. Dieses Gespräch hat Gott in meinem Leben machtvoll genutzt, denn der dritte Punkt, die ersten beiden sind offensichtlich, aber der dritte, im Leben immer weiter zu wachsen, immer besser zu werden. Damit meinte er ganz besonders, ein immer besserer Ehemann zu werden. Ich bin dankbar, dass ich in 20 Jahren eher besser geworden bin. Das erste Jahr war echt schlecht. Ging es euch im ersten Jahr auch so? Ich bin sicher, dass Stacy im ersten Jahr oft gedacht hat, was habe ich mir da angetan? Ich danke Gott für ihren Vater, der sagte, werde immer besser. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich darüber nachdenke, worin ich in den letzten drei Jahren besser geworden bin, dann waren die größten Herausforderungen immer Beziehungen. Hattet ihr auch das Gefühl, dass Beziehungen in den letzten drei Jahren extrem schwer waren? Es war, als ob wir zu Hause mit unseren Familien feststeckten. Wir saßen vor unseren Bildschirmen, Screens, hört sich an wie Screams, Computer Screams. Ah! Vier Stunden vor einem Computerbildschirm fühlen sich an wie drei Tage Arbeit. Wir haben gelernt, digital in Beziehungen zu treten. Und mitten in dieser Zeit hatten wir hier in den USA Wahlen, die manchen wurden, wirklich feindselig, so viel Wut, Bitterkeit. Wir haben uns an eine andere Art Beziehungen gewöhnt. Ich würde sogar behaupten, dass nach 2020 und 2021 viele Menschen auch jetzt immer noch genauso kommunizieren wie mitten in der Pandemie. Wir haben uns eine neue Art der Kommunikation angewöhnt und diese neue Art der Beziehung ist nicht besser. Und darüber will ich in den nächsten Wochen sprechen. Wenn es euch so geht wie mir, dann haben sich eure Beziehungen in den letzten paar Jahren verändert. In Gottes Wort, in Jesu Lehren, vor allem im Neuen Testament, finden wir grundlegende Prinzipien, die die Kraft haben, unsere Beziehungen zueinander zu verändern. Deine Beziehungen sind Gott so wichtig. Deine Beziehungen sind ihm tatsächlich viel wichtiger als dein beruflicher Erfolg, als körperliche Disziplin. Vielleicht sind ihm deine Beziehungen sogar wichtiger als wie viel Zeit du im Gebet oder mit Bibel lesen verbringst. Das weiß ich, weil Jesus in Johannes 13, 34 folgendes gesagt hat. Jesus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt hier, dass der Unterschied zwischen jemandem, der Jesus nachfolgt und jemandem, der das nicht tut, darin liegt, wie sie andere Menschen lieben. Wenn wir uns eine Firma ansehen, deren Inhaber ein Christ ist und diese Firma mit einer anderen, deren Inhaber kein Nachfolger Jesu ist, vergleichen, dann sollten wir einen Unterschied sehen, wie der Christ seine Angestellten behandelt. Dasselbe gilt auch zu Hause in unseren Ehen und der Erziehung, auch für Singles und Freundschaften. Es sollte alle Gebiete unseres Lebens umfassen. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen sich unsere Beziehungen verändern. Diese Idee, die wir in dieser Reihe vertiefen wollen, könnte man auch so ausdrücken. Ein veränderter Mensch verändert seine Beziehungen. Wenn meine Beziehungen sich mit der Zeit nicht durch Liebe verändern, dann muss ich in mich gehen und mich fragen, verändere ich mich wirklich? Bin ich wirklich verändert? Gott möchte, dass wir uns für die Verbesserung unserer Beziehungen einsetzen. Ihr und ich, wir haben viele verschiedene Beziehungen. In dieser Reihe wollen wir über drei davon sprechen. Nächste Woche wird Stacy über Beziehungen zu schwierigen Menschen sprechen. Dafür nimmt sie mich in der halben Predigt als Beispiel. Eine Woche später wollen wir über destruktive Beziehungen sprechen und danach geht es um Menschen, die anders sind als wir oder die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Aber heute möchte ich, bevor wir zu diesen Kategorien kommen, grundsätzlich darüber sprechen, welche Bedeutung Beziehungen haben und wie wichtig sie sind und dass Gott uns einen besseren Weg aufzeigt, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander lieben können, als diejenigen, die Jesu Liebe nie erlebt haben. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann sollte das all deine Beziehungen verändern. Wir wollen diese Woche mit diesem Prinzip beginnen, dem Prinzip der Nachahmung. Es besagt, dass Menschen das widerspiegeln, was sie empfangen. Das gilt unabhängig von deiner Herkunft oder deinem Alter. Es gilt unabhängig von deinem Geschlecht. Jeder einzelne Mensch auf der Erde tendiert dazu, anderen das wiederzuspiegeln, was man empfangen hat. Dieses Prinzip kann tatsächlich für oder gegen dich arbeiten. Es kann deine Beziehungen verbessern oder auch deutlich erschweren. Dieses Prinzip hat Gott tief in uns Menschen verankert. Seht mal her, seht mir bitte alle kurz in die Augen. Was habt ihr getan, als ich gelächelt habe? Ihr habt mich angelächelt. Einfach zurückgelächelt. Das hat Gott gemacht. Das funktioniert bei Kindern und bei alten Menschen. Dreht euch jetzt zu jemandem um und sagt, schön, dich zu sehen und lächelt euch an. Sagt einfach, schön, dass du hier bist. Online könnt ihr ja einen Smiley schicken. Wenn wir lächeln, bekommen wir ein Lächeln zurück. Das gilt aber auch im Negativen. Wenn dich im Verkehr jemand anhubt und dir den Stinkefinger zeigt, wie reagierst du dann? Hoffentlich hast du keinen Saddleback-Aufkleber am Auto oder ein Saddleback-T-Shirt an, aber unsere natürliche Reaktion ist es, zurückzugeben, was wir bekommen. Dieses Prinzip kann für oder gegen dich arbeiten. Egal, ob du ein Nachfolger Jesu bist oder nicht, dieses Prinzip ist in deinem Leben angelegt und wir können es zum Guten nutzen. Wir wollen darüber sprechen, wie man dieses Prinzip zum Guten in seinen Beziehungen einsetzen kann. Heute wollen wir uns ein paar Verse aus Epheser 4 ansehen. Daran möchte ich aufzeigen, wie Gott in Wahrheit möchte, dass wir miteinander umgehen. Aber ich möchte, dass ihr den Kontext kennt. Der Schreiber des Epheserbriefs ist Paulus. Er schreibt einen Brief, der in den Gemeinden weitergegeben wird. Im ersten Kapitel spricht Paulus über Jesus, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Er spricht über die Liebe Gottes und darüber, wie sehr er uns liebt. Er sagt, dass er sich wünscht, dass wir die Höhe, Breite und Tiefe seiner Liebe erfahren. Das sind die ersten drei Kapitel. Aber im vierten und fünften spricht Paulus darüber, wie wir miteinander in Beziehung stehen und dass Jesus unsere Beziehungen verändert. Hört seine Gedanken dazu. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, dass wir alle jeden Tag einen Kampf austragen. Der Kampf in uns, wo ein Teil ein großartiger Vater sein will, aber ein anderer Teil findet sich in der Realität wieder und diese beide kämpfen. Ein Teil von dir will wunderbar auf deine Kollegin reagieren, aber sie hat dir 45 üble E-Mails geschickt und du musst diesen inneren Druck irgendwie aushalten. Es gibt diesen inneren Kampf und Paulus sagt, dass wir ihn bestehen können, wenn wir uns von Gott innerlich erneuern lassen. Je mehr ich mit Gott, mit seinem Wesen verbunden bin, desto mehr kann Gottes Geist meine Art zu denken und mein Verhalten anderen gegenüber verändern, weil Gott in mir arbeitet. Und dann beschreibt er, wie diese neue Natur aussieht. Er sagt, über eure Lippen komme kein böses Wort. Und das, was jetzt kommt, gehört zu dem Schwierigsten, zu was uns die Bibel auffordert, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Alles, was wir sagen, das ist eine Herausforderung. Alles, was aus unserem Mund kommt, soll andere Menschen aufbauen. In Vers 30 heißt es, Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt, für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Ein Teil in uns zieht also den neuen Menschen an und ein Teil muss sich vom alten Menschen befreien. Aber die Frage ist doch, wie macht man das? Ich möchte liebevoller sein, ich möchte freundlicher und geduldiger sein. Paulus verrät uns das Geheimnis. Er betont das innerliche Prinzip der Nachahmung. Er sagt, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Achtet darauf, das Vorbild für unsere Beziehungen, wie sie sein sollten. Der Standard dafür ist Jesus und sein Tod am Kreuz. So wie Christus dir vergeben hat, sollten wir einander vergeben. Wenn du das verstehst, dann sagt er, wird Folgendes passieren, ihr werdet Nachahmer Gottes. Armt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, dass Gott gefällt. Ich liebe diesen Vers. Noch einmal hört Gott zu. Konkret heißt das, armt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, dass Gott gefällt. Unser Auftrag ist es also, nachzuahmen, wiederzuspiegeln, von Gott zu empfangen und weiterzugeben. Aber noch einmal, wie macht man das? Darüber möchte ich sprechen. Wie verändert man seine Beziehungen? Wie verhält man sich anderen gegenüber so, dass dieses Prinzip für uns und nicht gegen uns arbeitet? Als erstes müssen wir unser Bewusstsein für unsere Beziehungen stärken. Je bewusster ich mir bin, was um mich herum vorgeht, desto eher begegne ich den Menschen mit Liebe und Freundlichkeit. Ich möchte mein Bewusstsein für meine Beziehungen stärken. Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir drei Arten von Beziehungen ein. Zuallererst denke ich an Gott, meine Beziehung zu Gott, wie Gott wirklich ist. Dann denke ich an die anderen, was im Inneren der anderen vorgeht und wie sehr Gott den Menschen, der mir gegenübersteht, liebt. Und dann denke ich an mich selbst, mache mir bewusst, was in mir selbst vorgeht. Manchmal rasen wir mit Schallgeschwindigkeit durchs Leben. Und die Geschäftigkeit unserer Kultur zieht uns weg aus der Nähe und den Beziehungen, die sich Gott für uns wünscht. Schreibt euch das auf. Eile ist der Feind der Intimität. Wenn ich in Beziehungen in Eile bin, tendiere ich dazu, Menschen nicht liebevoll, freundlich, respektvoll und geduldig zu behandeln. Meine Eile drängt mich weg von Gottes Besten. Für mich gibt es zwei äußerst wertvolle Praktiken. Die eine ist langsamer werden und die zweite ist hinsehen. Und wenn ich langsamer werde, kann ich besser sehen, was um mich herum vorgeht. Es ist sehr schwer, genau hinzusehen, ohne langsamer zu werden. Wenn ich beschäftigt bin und mein Leben in Schallgeschwindigkeit verläuft, verpasse ich so vieles um mich herum. Es liegt Kraft in der Langsamkeit. Wenn ich langsamer bin, sehe ich mehr. Ich erkläre das so. Vor einiger Zeit bekam ich meinen ersten Apple-Computer. Es sind sogar schon fast 20 Jahre, seitdem ich auf der anderen Seite bei den überlegenen Computern bin. Auf dem Startbildschirm war damals der Yosemite Park und ich sah mir das Bild an und dachte, das ist ein wunderschönes Foto. Es gefällt mir. Es ist so cool. Bis ich in den Yosemite Park fuhr und am Fuß des Yosemite stand und auf die Berge sah und sah, wie schön sie sind. Da hat sich irgendwas in mir verschoben und ich habe sie ganz anders erlebt. Seht euch dieses Bild an. Schaut es euch an und seht die Schönheit. Wenn du es ansiehst, kommst du dir klein vor. Wenn du am Fuße dieses Parks stehst und diese Schöpfung Gottes siehst, ist es fast, als ob dieses Bild, wenn du dort bist, dich verändern würde, wenn du die Größe siehst. Es ist ganz anders als ein kleines Bild auf dem Computer. Es liegt etwas Machtvolles darin, denn wir betrachten vieles ständig im Leben. Ich betrachte, was du betrachtet hast, auf einem Bildschirm. Manchmal richten wir den Blick nach unten, sehen auf Computer, Smartphones oder auf den Fernseher. Wir betrachten dauernd irgendetwas. Und je mehr wir Gott betrachten und sein Wesen, desto mehr verändert es uns. 2. Korinther 3 drückt es so aus. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Der Geist Gottes ist also gegenwärtig in deinem Leben. Das ist eine gute Nachricht. Gott ist kein ferner Gott. Gott ist nahe und gegenwärtig in deinem Leben und er will dich freisetzen. Er will Freiheit in dein Leben bringen und er möchte, dass du mit ihm lebst. Und je mehr wir mit Gott leben, desto mehr verändert sich etwas in uns. Hier steht, wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Im Alten Testament ging Mose ins Tabernakel und verhüllte sein Angesicht in der Gegenwart Gottes. Er verhüllte auch sein Gesicht, als er wieder herauskam zu den Menschen, damit die Herrlichkeit Gottes sein Gesicht nicht so sehr erleuchtete, dass die Menschen erblindeten. Das ist eine verrückte Geschichte, aber hier im Neuen Testament heißt es, dass kein Schleier zwischen uns und Gott liegt. Keine Trennung. Wir können uns mit Gottes Herz verbinden. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Je mehr ich also mit Gott lebe, je mehr ich ihn betrachte, desto mehr werde ich wie er. Man könnte es auch so sagen, was ich betrachte, bestimmt, was ich werde. Unsere Herzensänderung liegt also zum Teil am Betrachten der Liebe Gottes, die größer ist, als wir es jemals verstehen könnten. Tatsächlich heißt es im Psalm 103, dass seine Liebe zu denen, die zu ihm kommen, so groß ist, dass er ihre Sünden so weit wegwirft, wie der Osten vom Westen liegt. Paulus sagt in Epheser 3, dass er sich wünscht, dass auch wir die Höhe, Breite, Tiefe von Gottes Liebe erfahren. Und er sagt, sie geht weit über unser Verstehen hinaus, aber ich wünschte, ihr würdet sie erfahren. Je mehr ich also Gottes Liebe innerlich erfahre, desto mehr verändert es meine Beziehungen zu den Menschen in meinem Leben. Wenn ich also zu schnell bin und zu viele Aktivitäten in mein Leben packe und nicht innehalte, um bei Gott zu sein, dann reagiere ich nur auf die Menschen. Ich möchte euch ermutigen, diese Woche Raum zu schaffen in eurem Leben. Und wenn ihr die Bibel lest, auch wenn ihr keine Nachfolger seid oder neu im Glauben seid, wenn ihr die Bibel öffnet und die Lehre Jesu und von seiner Liebe lest, die er für die Menschen hatte, dann erkennt ihr hoffentlich, dass es dieselbe einzigartige Liebe ist, mit der er dich und jeden einzelnen Menschen, mit dem du zu tun hast, auch liebt. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt. Das können wir uns nicht einmal vorstellen, aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Je mehr ich Gott sehe und ihn verstehe, desto mehr werde ich verwandelt und zum Ausdruck und Beispiel seiner Liebe für die Menschen um mich herum. Zuerst stärke ich also mein Bewusstsein für meine Beziehungen. Als zweites will ich meinen Beziehungsstandard erhöhen. Ich möchte mehr von mir erwarten, wenn es um meine Beziehungen geht. Ich habe vor einer Weile einmal einen Persönlichkeitstest gemacht und dabei werden die Charakterstärken und Schwächen untersucht und man erfährt, was man besonders gut kann und was nicht. Man setzte uns in einen Raum mit 50 anderen und der Typ nahm mein Persönlichkeitsprofil und projizierte es an die Leinwand, ohne zu sagen, zu wem es gehört. Und er beschrieb ausführlich meine Persönlichkeiten, sagte, dieser Mensch gehört zu den 2% mit am allerwenigsten Geduld. 98% der Menschen sind geduldiger als er. Dann fragt er, kann jemand erraten, zu wem dieses Profil gehört? Möchte jemand raten? Ich sage euch nicht, ob es jemand erraten hat. Ich glaube, das ist illegal. Es kommt einem falsch vor, oder? Vielleicht dachte er, meiner Persönlichkeit würde es nichts ausmachen. Aber ich ging dann zu Stacy und sagte, ich habe es verstanden. Ich habe eine wirklich ungeduldige Persönlichkeit. Ich gehöre zu den untersten 2%. Da sah Stacy mich an und sagte, ich möchte dich daran erinnern, dass in der Bibel Geduld keine Charaktereigenschaft ist. Sie ist eine Frucht des Geistes. Das ist keine Entschuldigung. Manchmal können wir unsere Schwächen rational durch unsere Persönlichkeit entschuldigen. Aber wenn wir das Leben und die Lehre Jesu ansehen, dann steht da nicht, dass ein extrovertierter Mensch leichter andere lieben kann. Wenn du introvertiert bist, dann hast du mehr Geduld mit Menschen. Das steht da nicht. Wir sind alle zu höherem Standard eingeladen, in unserem Verhalten anderen Menschen gegenüber. Zurück zu Epheser 5. Da heißt es nicht, imitiere deinen Ehepartner, deine Kinder, deinen Kollegen, deinen Freund, sondern ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, dass Gott gefällt. Das ist viel schwerer zu tun, als es zu lesen. Stimmt's? Wir haben mit so vielen Menschen zu tun, die uns frustrieren, uns entmutigen, uns Dinge sagen, die uns nicht gefallen. Ich war mit meinen Kindern in einem Eiskaffee und das war damals, als alles noch komplett kontaktlos war. Ich habe eine Theorie. Ist es nicht erstaunlich, wie viele Restaurants nach Corona ihre Toiletten nicht wieder geöffnet haben? Vielleicht betrifft das nur die Bay Area, wo ich gelebt habe, aber es hat sich so viel verändert. Manches zum Besseren, manches zum Schlechteren. Aber in diesem Eiskaffee hatten sie eine coole Art, dir dein Getränk kontaktlos zu servieren. Du konntest einen QR-Code scannen und den Getränkeautomat mit dem Smartphone steuern. Meine Söhne hatten also eine Idee. Wow, wir können den Getränkeautomat steuern. Sie setzten sich nach draußen und einer von ihnen kontrollierte den Automat. Wenn jemand kam und versuchte, den Knopf für Cola zu drücken, kam Fanta raus. Das machte ihnen Spaß. Sie lachten sich krumm und schief. Das ging bestimmt 15 Minuten lang so. Ich habe auch gelacht. In jedem erwachsenen Mann steckt ein kleiner Junge. Es machte mir Spaß, aber der Besitzer lachte nicht. Ich ging rein, um mir Wasser zu holen und es in meine Wasserflasche zu füllen. Da kam er und sagte, Sie können Ihre Flasche nicht auffüllen. Sie verteilen hier überall Keime und ich verstand ihn. Ja, ich verstehe es. Ich fragte, wie kann ich dann Wasser bekommen? Er sagte, hier sind Becher, aber ich gebe ihnen keinen. Er ging zur Kasse, ich hinterher. Ich dachte, ich bekomme bestimmt einen Becher von ihm. Ich habe gerade 20 Dollar für Eis ausgegeben. Ich kriege einen Becher. So ging es ein paar Minuten hin und her und schließlich bekam ich ihn mit der Liebe Jesu dazu, mir einen Becher zu geben. Ich ging zurück zum Automaten und dachte, ich schütte einfach das Wasser aus dem Becher in meine Flasche. Also fülle ich sie mit dem Becher und manche verurteilen mich jetzt vielleicht. Während ich noch auffülle, kommt der Besitzer und stellt sich zwischen mich und den Automaten und sagt zu mir, Sie müssen jetzt gehen. In dem Moment dachte ich, okay, ich bin 40 Jahre alt, ich antworte es gar nicht, ich reagiere nicht, aber ich ging raus und mir kam ein Gedanke, warum bin ich eigentlich nicht gegangen, als er mir sagte, dass ich kein Wasser bekomme? Warum habe ich das ganze Theater veranstaltet? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Okay, in diesem Gottesdienst sitzen keine aufrichtigen Menschen. Okay, danke. Hinterher denkst du, was ist da gerade passiert? In meiner Ehe mit meinen Kindern. Als meine Kinder drei waren, dachte ich manchmal, ich verhalte mich wie ein Dreijähriger. In einem Augenblick habe ich mich vom 30-Jährigen in einen Dreijährigen verwandelt. Da stecken einige Prinzipien dahinter. Das eine ist das Prinzip der Nachahmung, aber die Bibel zeigt uns andere Prinzipien auf, um nicht auf dieses Niveau zu sinken. Zwei davon sind innehalten und planen. Innehalten und planen. Jakobus, der Bruder Jesus, spricht vom Innehalten und planen. Zwei sehr wertvolle Praktiken. In Jakobus 1,19 heißt es, Liebe Freunde, seid schnell bereit, zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Je mehr ich mich in einer Beziehung ärgere, desto weniger bringt sie hervor, was Gott gefällt. Deshalb ist das Prinzip oder die Methode, langsamer zu werden, schnell zuzuhören und langsam zu sprechen. Das wäre ein gutes Prinzip für E-Mails. Schnell zuhören, langsam tippen, langsam klicken und senden. Mein E-Mail-Programm hat sogar eine Funktion, die mir eine Minute Zeit lässt, zu reagieren, bevor die Mail tatsächlich gesendet wird. Ich habe es so oft erlebt, dass ich einfach absenden. Und sobald ich den Button angeklickt habe, denke ich, das hätte ich nicht tun sollen. Das ist das Innehalten. Ich möchte das Innehalten üben. Viele großartige Dinge habe ich nach dem Innehalten gesagt. Lasst es uns probieren. Atmet alle tief ein. Tiefes Einatmen bringt uns dahin zurück, wie Gott uns geschaffen hat. Wenn es in unserer Beziehung Spannungen gibt, flattert die Medulla oblongata und wir können unser Gehirn nicht kontrollieren. Aber tief einatmen bringt es wieder unter Kontrolle und wir können mit der Liebe Jesu reagieren. Das andere ist das Planen. Für mich persönlich ist das vielleicht das wichtigste Prinzip in dieser Lebensphase. Manchmal liegst du mit jemandem im Clinch, manchmal mit jemandem, den du zutiefst liebst. Wir können uns dafür entscheiden, in einer Beziehung proaktiv zu werden. Denk an eine wichtige Beziehung zu deinem Mitbewohner oder Ehepartner, vielleicht zu deinen Kindern oder Kollegen oder guten Freund, wenn du Single bist. Denk an eine wichtige Beziehung und dann frag dich, okay, hey, was kann ich tun, um bewusst Gutes in diese Beziehung zu investieren über einen längeren Zeitraum. Liebe, Freundlichkeit einzubringen im Wissen, dass sich die Beziehung verändern kann, wenn ich in sie investiere. Es wird Momente geben, in denen ich nicht so reagiere, wie ich es möchte, aber ich sehe Samen auf dem Weg. Stell dir vor, denk an eine Beziehung und du nimmst dir vor, ich werde mir eine freundliche Handlung pro Tag für diese Beziehung überlegen und eine mittelgroße Sache pro Woche und einmal im Monat werde ich etwas Großes tun. Das sind 400 Zeichen der Freundlichkeit, der Liebe in einem Jahr. Das könnte deine Ehe verändern, das könnte die Beziehung zu deinem Kind verändern. Du könntest eine Notiz in die Brotzeitdose deines Kindes legen oder jemandem eine SMS schicken, der Ermutigung braucht. Du könntest dir Zeit nehmen, um für Menschen in deinem Leben zu beten, indem du sagst, ich bringe diesen Menschen vor Gott. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass Gott genau das für uns getan hat. In Epheser 1 steht, dass Gott im Voraus plant. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er sehr viel Freude. Seid ihr nicht froh, dass Gott im Voraus geplant hat und dass er nach Wegen sucht, seine Kinder zu lieben und dass er uns Küsse und Freundlichkeit und Liebe schickt? Er bewirkt Dinge in deinem Leben aus Liebe zu dir. Dann lädt er uns ein, dasselbe zu tun. Wenn wir andere Menschen lieben, geht es euch vielleicht wie mir, dann spielen die Gefühle manchmal verrückt. Manchmal denken wir, Mann, diese Beziehung zu diesem Menschen läuft wunderbar. Und dann wieder, das ist die schlechteste Beziehung meines Lebens. Das ist ein ständiges hin und her. Der Feind möchte, dass du deine Beziehungen nach deinen Gefühlen beurteilst. Aber Gottes Wort sagt, dass Taten der Liebe deine Liebe zu Menschen am besten widerspiegeln. Es kommt nicht darauf an, wie oft du ich liebe dich sagst, sondern darauf, wie du diesem Menschen dienst und ihm durch Taten deine Liebe zeigst. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Das ist eine Handlung. Lieben ist ein Tätigkeitswort, ein Verb. Er gab sein Leben. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Das ist ermutigend. Und hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Hörst du manchmal diese innere Stimme? Du tust nicht genug. Mama, du tust nicht genug. Du tust nicht genug für diesen Freund. Du tust nicht genug für deine Ehe. Diese Schuldgefühle können dich erdrücken. Aber es gibt eine Rückspiegelung. Wenn ich immer investiere und liebe, dann sagt Gott, dass meine Taten ein Spiegel meiner Liebe sind und das kann mein schuldiges Herz ermutigen. Er sagt, wenn du dich schuldig fühlst, dann erinnere dich. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Sei ermutigt und befreit. Irgendjemand muss heute befreit werden und von Gott hören, du machst das gut. Du bist treu. Er sieht alles, was du tust. Deine Treue wird dein guter Vater belohnen. Ich möchte meine Beziehungsstandards erhöhen. Ich möchte mich nicht auf meine Persönlichkeit verlassen oder auf die Zerbrochenheit in mir schauen. Ich möchte auf Jesus schauen und auf seine Liebe und mir das zum Standard machen, der mir den Weg zeigt, andere zu lieben. Das ist Nummer zwei. Noch ein Punkt und dann komme ich zum Schluss. Der letzte Punkt ist, meinen Input in Beziehungen anpassen. Ich muss anpassen, wer tiefen Zutritt in mein Herz bekommt. Oft erlauben wir Menschen und sogar auch Menschen, die teilweise gar nicht mehr leben, zu beeinflussen, wie wir uns sehen und wie wir Beziehungen leben. Aber es liegt Kraft darin, wenn die Menschen, die mich am meisten beeinflussen, mich darin bestärken, das Rennen zu laufen, das Gott für mich vorgesehen hat. Vor einer Woche habe ich eine coole Geschichte gehört. Lange Zeit konnte niemand die Zwei-Stunden-Grenze für einen Marathon durchbrechen. Wenn man das ausrechnet, sind es 2,9 Minuten pro Kilometer. Man muss also 42 mal 2,9 Minuten pro Kilometer laufen. Und da gab es diesen Mann, mit Nachname heißt er Kipchoge, und er nahm sich vor, das Rennen zu laufen und die Zwei-Stunden-Marke zu durchbrechen. Und er hat es geschafft, einen Marathon in knapp weniger als zwei Stunden zu laufen. Wie er das gemacht hat, das ist das Geheimnis. Er hat 41 Menschen gefunden, die mit ihm in dieser Geschwindigkeit liefen und sich nach und nach ablösten. Wenn einer müde war, kam ein anderer herein. 42,2 Kilometer lang hatte er jemanden mit frischen Beinen und Kraft, der ihm half, das Rennen zu laufen und er schaffte es in weniger als zwei Stunden. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht gefragt wurde, er wird zu laufen, weil ich keinen halben Kilometer in 2,9 Minuten laufen kann. Aber diese Beine, diese Kraft, dieser Input halfen ihm in dem Rennen, dass er laufen musste. Dasselbe gilt für dich und mich. In den Sprüchen heißt es, wer sich mit den Weisen trifft, wird weise, wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Wir müssen aufpassen, wem genau wir Zugang gewähren. Das ist keine Entschuldigung, um zu sagen, ich erlaube meinem Partner keinen Zutritt mehr und mit meinen Kindern bin ich fertig, sie ziehen mich nur weg. Wir sind eine Verpflichtung eingegangen in diesen Beziehungen und haben einen Bund geschlossen. Aber manchmal gewähren wir Menschen Zutritt, die uns von Gott und unseren Besten wegziehen. Wenn deine Familie nicht glaubt, dann kann ich dir heute sagen, dass wir für dich diese Familie sein wollen. Wir möchten Menschen sein, die mit dir unterwegs sind und mit dir laufen. Wir haben Kleingruppen hier, die sich unter der Woche treffen, die zusammenkommen, um gemeinsam zu beten und sich zu ermutigen und gemeinsam unterwegs zu sein. Diese Kleingruppe kann dir Input für deine Beziehungen geben und dir helfen, andere zu lieben, weil du in diesen Gruppen Menschen siehst, die anders sind. Vielleicht seid ihr ein junges Ehepaar und ihr seht ein Paar, das seit 20 oder 25 Jahren verheiratet ist und die etwas verstanden haben, das ihr noch nicht verstanden habt. Oder vielleicht bist du an einem Punkt im Leben, wo du dich für eine Karriere entscheiden musst und triffst jemanden, der schon weiter ist als du und dich ermutigen, für dich beten und dir Bibelstellen zeigen kann. Diese Gruppe ist Input für Beziehungen. Jeden Monat tun wir auch noch etwas anderes. Wir halten Class 101, das ist eine Erfahrung. Dabei kommen wir zusammen und sprechen über Werkzeuge, die dir auf deinem Glaubensweg helfen können. Nächstes Wochenende findet es wieder statt und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du dabei bist, sodass wir dich begleiten und auch weiter ermutigen können. Zum Schluss noch zwei hilfreiche Praktiken und zwar empfangen und ablehnen und beurteilen, was ich empfange und was lehne ich ab. Welche Einflüsse lasse ich in mein Leben und welche lehne ich ab? Es gibt manche Freunde, die du vielleicht rauswerfen solltest und andere neue Einflüsse, die du stärken solltest. Ich erinnere mich, als unsere Kinder noch klein waren, so ungefähr drei oder vier, das war mit all unseren Kindern so. Sie kamen an, setzten sich auf meine oder auf Stacys Shows, fassten unser Gesicht an und starrten uns an. Sie hielten dabei das Bild in ihrem Gedächtnis fest. In diesen Augenblicken passiert so viel zwischen Kind und Eltern. Da entsteht eine Bindung, da ist eine Verbindung, ein Band wird geknüpft. Dieses Band schafft die Sicherheit und innere Stärke in ihnen, sodass sie wachsen und aufblühen können. Es bringt Leben und Freude. Aber es gibt noch ein anderes starren und ins Gesicht fassen, das dich verändern kann. Und zwar, wenn du zu Gott kommst und ihn festhältst, ihn ansiehst und sagst, oh Gott, du musst mich innerlich verändern. Ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Freundlichkeit. Es gibt keinen besseren Weg, Gott ins Gesicht zu sehen, als auf Jesus selbst zu schauen. Denn als Jesus seine Arme ausbreitete, auf einem verwitterten römischen Kreuz mit Nägeln in Händen und Füßen und einer Dornenkrone auf dem Kopf und sein Blut lief herab, dann ist das das Bild Gottes und seiner Liebe zu dir. Es gibt Hoffnung, dass Gott dir heute seine Liebe zeigt. Für mich liegt sie darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, damit wir wieder zurück an Gottes Herz kommen können. Vielleicht bist du heute hier und du hast nie darüber nachgedacht. Du hast Gott nie ins Gesicht gesehen oder dich nie entschieden zu glauben und Gott für die Vergebung deiner Sünden zu vertrauen. Heute kann der Tag sein, an dem du ihm vertraust, in sein Gesicht siehst und ihm dein Herz öffnest. Ich möchte dich einladen, für einen Moment die Augen zu schließen und über die Liebe Gottes zu dir nachzudenken. Für Gott bist du nicht einer unter acht Milliarden. Du bist ein Mensch und selbst wenn es nur für dich gewesen wäre, wäre Jesus für dich am Kreuz gestorben. Er starb und ist wieder auferstanden, weil er dich liebt und eine Beziehung zu dir will. Wenn du mir heute zuhörst und ein Nachfolger Jesu bist, dann möchte ich dich in diesem Moment ermutigen, diese Wahrheit wieder ganz neu in dein Herz anzunehmen. Sag einfach, Gott, ich brauche ein tieferes inneres Verständnis deiner Liebe. Ich will dich besser kennenlernen. Ich möchte, dass deine Liebe mich innerlich verändert. Sag es ihm genau jetzt. Andere unter euch müssen vielleicht heute zum ersten Mal die Entscheidung treffen, Jesus für die Vergebung ihrer Sünde zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, Gott jetzt zu sagen, Gott, ich glaube, dass du den Weg zur Vergebung geebnet hast. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du das Grab besiegt hast und ich übergebe dir mein Leben. Danke für deine Vergebung. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Vater, wir danken dir heute für deine Liebe zu uns und wir beten, dass diese Liebe uns verändert, sodass wir Veränderung in diese Welt bringen können. Du bist ein guter Gott und verdienst unser ganzes Herz und unser ganzes Lob. In Jesu Namen. Amen.